ok das erste was man immer dass wir dann wieder herausfinden muss die steuern erster juni 20 2013 wir sind immer noch hier die action let's go jetzt lege ich den hebel um und macht die tür auf oder gehen wir rein ironie des schicksals ein mann versucht zeit seines lebens die welt zu zerstören und jetzt ist sein sohn der einzige der sie retten kann und ich alle zu seiner rettung der sein Vater getötet hat ich weiß nicht vielleicht ist es schicksal na klar ja vor drei Jahren habe ich was getötet dieser krieg darf mich nicht ewig verfolgen wenn wir jack gerettet haben quittiere ich den dienst es wäre mir eine ehre wenn sie das tun ich glaube nicht dass ich dafür bereit bin sie haben es bis hierher geschafft ich nehme dann genannt ja also gut bereit los geht's sie hören sie werden der nächste kapitän sein wenn wir es mit einem knall kapitän bei meiner ehre es fehlt ok wer zum teufel hat das geld um so etwas zu bauen das sieht schwer nach new umbrella aus aufgepasst es gibt bestimmt eine überraschung verstanden ja aber die erste sache die ja nicht überraschend ist dass dass wir sind dann ihre rp und master und wir sind zurück zu retteln ja wir sind wieder voll back in business am 3. advent perfekt um zombies umzubringen und anderen schwachsinn zu machen wie geht es dir geht es dir gut mir geht es gut mir geht es fantastisch wie geht es dir mir geht es auch gut ich bin chris red fehlt und ich bin bereit zombies in den hintern zu treten ja mal los letzte story letztes kapitel von dieser story genau und dann geht es auch schon weiter mit der jake story ja ah knopf und dann haben wir alle informationen soweit in der story als so passiert ist warum die leute da sind warum wir die getroffen haben und so ja nämlich schaut euch da schaut euch die playlist an ja das ist eine gute playlist ja das ist eine gute playlist was gibt's ich bin der captain hallöchen oh ok macht wir schwierigkeiten sind irgendwie schon wieder ich schaffe es irgendwie immer wieder ich glaube ich hab's was haben sie getan ich weiß ich habe knöpfe gedrückt können sie ihre position bestimmen ich bin ich bin ich bin chris redfield ich kann alles und warum weil ich der kapitän bin stellen sie nicht meine autorität in frage hier wir haben wollen wir nicht bald der kapitän also kann ich mir allein noch will ich doch bin ich der kapitän helfen sie mir und nee oh gott ich will da nicht allein rüber ein mann muss tun was ein mann tun muss und sie wollen doch der nächste kapitän werden dann stecken mich darüber rüber wird dir ja bestimmt falsch hätte ich sein und nichts wird hier sein um mich aufzuhalten oder so du musst du mich den profeller ausschalten propeller ja vor mir ist ein propeller ich bin mir sicher dass ich in diesen luft schaffen muss ok ich gehe rein oh nein oh gott äh ich glaube ich hatte ja vorbeikommen wir sind mg ok und der w-welt auf mich ballert ohne pause ok ach hier muss ich runter achso achso na gut dann wollte ich mich eben hier rum haha wenn ich nie im leben sehen komm mal ich kriege jetzt mal durch die lüftung schafft nein ich da rein rollt eine richtung ein bisschen fest gelagert oh mein gott über bx und ihr alles kommen sie klar da und da oben ich traue mich nicht nach oben zu gehen wieder so ein propeller ja ich gehe jetzt machen wir sollten da machen keine ahnung machen sie es ja ich habe von unten noch mal drauf geschossen aber gar nicht so schwierig so werden sie lieber als kapitän werden reißt es sich zusammen oh mein gott sind schon drückt der nächste dran ich glaube sie haben keine gute zeit da oben wie es ja ich versuche hier es machen machen sie den propeller auf der raketen werfen ja ich habe nur 21 tag cool und sich denn hier mal abstellen da danke oder auch zeit ich war hier schon voll lange zu schießen ihr habt den spaß meines lebens auch keiner was geht ab leute und eine verweilung ist gleich ein dickes ding meine faust in dein gesicht eine hervorragende kombination das habe ich schon lange nicht mehr gesagt der aufzug hat jetzt wieder strom ich treffe sie dazu da war ich reiche den kopf ab habe ich auch noch nicht gesehen ich habe den kopf rausgerissen kommen sie klar da oben komme ich habe irgendwo den bläden gefunden ich habe das ja und wir auch schon gesehen hallo chef ist da ich wollte ich mich herum klopfen ja ja keine sorge chef ist da du sagst wer von typ alle löschen bitte nicht weiter transformieren dankeschön ich habe meine tipp dazu kommen sie bei rps mehr als genug tic tacs wo seit dem leben gewesen irgendwo hier war ja irgendwo da unten also ich konnte es ganz nur ganz leicht erreichen ich habe es auch ganz gut gesehen weil ich hatte der ich habe den spaß meines lebens ich durfte sogar rutschen das wollte mich für sie kämpfen ich habe markiert werfen ins gesicht bekommen also dass das haben sie gut gemacht hier ist das schon ja also wenn es das da unten war dann habe ich das schon ein anderes auch zum aufzug dass wir sie wieder auf den knopf dankeschön okay da wollen wir mal das ist mein pistode cool da meine alles hier hier war nichts hier waren nur zwei gegner gewesen die ich ja mal eben auf dem weg habe ich kam von ich kam da oben aus dem luftschacht kam ich raus sehr gut jetzt sind sie mich nicht und jetzt wäre durch wo ja ja da kommen wir in zirka treten ja gerade ein fuß ich habe ich wollte gegner auf dem kopf treten und hab dem anderen das gedick und gedreht vor die hinter dir ich habe keine monik und das ding ich habe keine monik und das ding was versuchen sie da gerade denn jetzt was das war ja ich habe nur gehört und ich habe mir alles abgezogen er hat mich fast getötet kommen wir von eben noch lassen wir auftreten box ich ihn ist hier irgendwo so ein nettes ich gehe es ja mal weiter ja ich komme ich da ausgerossen wirklich das hat irgendwie rausgesprungen jetzt kommen da keine mehr von der cover okay wir müssen aber dadurch tatsächlich was haben wir denn da wo säuregeschoss und stickstoff geschossen sich nicht der war das gehe sogar nicht grünes kraut aber ich brauche ein rotes ich habe ein rotes aber ich brauche ein grünes das ist das so so das ding das nennt man ironie kämpfen ja ich bin kurz red fehlt war daneben die junge was passiert hier ich habe so viel granaten muss werfen position hier habe ich mal geheilt ich habe nur drei tic tacs übrig ich bin so viel ich mache das kaputt und jetzt keine kiste kaputt oder noch ein grünes ich bin auch ein werfen das mein tod feind ich sag mal kannst du auch wenn hier renne man hebel zu ziehen immerhin ich bin aber noch der kapitän berühren deutsch deutsch nicht berühren das ist alles voll ja ich habe auch keinen keinen platz mehr ein hebel warum sind diese hebel hier warum sind hier so viele hebel und da ist eine leiter und deine tür rotes kraut grünes kraut fähigkeitspunkte fähigkeitspunkte nix alles kacke wird okay wir müssen da lang aktiviert forschung verbindung eingeleitet bis der vorgang abgeschlossen ist ja werden sie die feinde ab ja ich bin oder eher ich war das betötet nicht wie aber dann gesehen wie sie ja sie sind weit gekommen sie müssen von der bn aber wobei das unsichtig sie hat bei euch gerade verfahren ja er hat mir das hat er mir einfach so das rückgrat gebrochen das erinnert mich irgendwie an bett man hier ich meine das ist ein erst fein spain das sei ich nur ein riesiger mit der gasmaske und selbst der wasser das rückgrat gebrochen da will ich das war wirklich so einfach so das rückgrat gebrochen wenn jemanden was aber tötet ja nicht der vorgang abgeschlossen ist das neue volk dann durch weg jetzt nicht kein grösskopf mehr hier sind ganz viele dicke ich habe ein ap runter für meine letzte und grösste Schöpfung oh nein das ist ein sniper da füßiert ich bin am nachladen ja oh 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 der wird ein König einer neuen Ära er wird hier dass diese Schattbock kein Kuscheltier ist Piers, können wir das HQ erreichen? nein, so müssen wir nach oben wo ist das halt mal da oben wo ist das? fang ich aber totes ah diesmal nicht bam nimm das aber im boxig kaputt da ii da 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 ich hab ich hab dich zu heilung doch nicht so komme ich rette dich ich hätte dich ich dachte du dich einfach zu sterben wir so stehen da jetzt eine Minute war nicht mehr noch und eine Minute oh fuck ich sei nicht zu tun sollen ja wer das scheiße was da passiert ja ich war die ganze Zeit auf einer p runter und so ne vielleicht mal meine zwei grünen kräuter verbinden ja das soll es vielleicht auch tun ja die verschwendung oh man ich lade nach so ja 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 ist ja gut jetzt mich nicht aktiviert forschungsblock verbindung eingeleitet bitte warten bis der vorgang abgeschlossen ich schnappen wir uns ja also hatte ich am weg von den hebeln du stirbst du stirbst du stirbst auch nein 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 die idee wir sollen wir nicht betätigen wieso nicht weil dann kommt diese kommt da raus ich habe ich habe nicht die fehler gemacht ich habe nämlich ein hebel gezogen bekam es und kommt kommt raus die man hat auch ich könnte mich nicht ja keiner kann die rakete und die welt wird an der so werfe ich sterbe du bist die ja 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 dann sind wir allein ich bin hier draußen so im hq machen keine ahnung was die machen sollen und haben die überhaupt noch was ja 120 ja ich wusste gerade kurz draus finden die ich meine granaten wechsel konnte da und habe es ist gott sei dank herausgefunden da ich mir gerade mit dem biel die wien die wien die wien ich habe nur ein mehr brauchen wir nicht nur eine minute wir haben die bienen das spieler bienen hilfe die mission ist gerade sowas von stressig aber auch irgendwie lustig warum ist ein sniper natürlich noch keine person moment ja ich lebe doch ich muss mal kurz heraus wie man hier granatwehr von munitionen wechselt und kannst wechseln beim werden du zielst irgendwie eine taste sein weil ich habe gerade keine motion mehr für normalen im richtat hier ist ja mit der ok ich muss meine kräuter zusammen mixen wenn man zwei grüne kräuter am boden welcher zeit die ein zu sagen die leiter da oben das ist ein paar dicken ja wenn wir meinen super starken sniper gewähr er ist dann ja 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 man kann die koks kaputt machen vor die daraus schlüpfen ich habe mich selbst gesäuert für solche granaten bei den dicken sind weg ich muss nachladen ich muss nachladen das weg das war ja nur die erste zeit jetzt müssen wir noch mal 90 sekunden überleben da ich möchte zu anderen granaten ja es sind so viele müssen ja am hebel wir dürfen nicht zulassen dass sie an die hebel kommen aber gleichzeitig müssen wir irgendwas gegen die scharfschützen machen können sie erreichen ich glaube die ganze im kreis was hat das schätzt die kommuner auf ob wir haben keine dicken aber dass einer mit dem pfanzer und nein was das ist ja noch einer und das auch ich glaube er ist einfach mehr noch eine sekunde ja der stellst du schnellsteller rein aus hier genug von diesen raum auch. Ich auch.